Einen schönen guten Tag, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Chartflash für Montag, den 22. März. Gut, wir beginnen wieder mit dem S&P 500, der weiterhin hier im steigenden Trendkanal verläuft. Wir sind hier nach dem Ausbruch nach unten mit einem Verlaufstief bei 3.723 Punkten wieder über den 50er EMA gestiegen, haben damit ein kurzfristiges Stärkesignal ausgebildet, konnten dann weiter ansteigen, auch den 10er EMA hier überklettern und befinden uns aktuell hier in einer Abwärtskorrektur, die typischerweise hier wahrscheinlich wieder leicht unter dem 10er EMA ausgelaufen ist. Auf jeden Fall haben wir hier nach dieser Abwärtsbewegung eine bullische Tageskerze am Freitag ausgebildet mit einem Schluss bei 3.913 Punkten, konnten hier erneut die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals verteidigen und könnten nun möglicherweise vor einem weiteren Hochlauf stehen, dann über das Verlaufshoch bei 3.983 Punkten und zunächst Kurs nehmen auf die runde Marke von 4.000 Punkten und darüber dann weiter zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals. Es würden sich also nun möglicherweise Long-Positionen anbieten hier im Bereich unter dem 10er EMA, die dann etwas unter dem Trendkanal abgesichert werden könnten und dann zunächst an der runden Marke im Bereich von etwa 4.000 Punkten wieder verkauft werden könnten. Wir machen dann weiter mit dem Euro-Dollar. Der Euro-Dollar bewegt sich hier weiterhin seitwärts, zudem übergeordnet in einem Abwärtstrend. Wir haben hier zunächst Aufwärtsbewegungen immer wieder etwas über dem 10er EMA beendet, konnten uns aber hier über diese Unterstützung im Bereich von 1,187 Dollar halten. Zudem haben wir hier als weitere Unterstützung den 200er EMA im Bereich von 1,183 Dollar, wo wir hier wieder nach oben abgeprallt sind und möglicherweise können wir hier in dieser Seitwärtsbewegung dann ein Sprungbrett bilden und von hier dann wieder nach oben ansteigen. Ein erstes Stärkesignal würde sich ergeben, sobald wir dann die Marke von 1,20 Dollar überschreiten und dann Kurs nehmen auf den 50er EMA bei 1,203 Dollar. Hier wäre dann auch der nächste Widerstandsbereich, nämlich die alte Unterstützung bei 1,203, 1,205 Dollar, die dann überschritten werden müsste. Und würde dies gelingen, dann würden wir als nächsten Punkt dann die alte gestriegelte rote Trendlinie hier anlaufen, wo wir zuvor immer wieder nach unten abgeprallt sind. Solange wir uns hier über dem 200er EMA halten können, ist nun wieder mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Brechen wir hier allerdings nach unten durch, dann würde sich die Lage für den Euro-Dollar langfristig eintrüben. Als erstes Stärkesignal wäre dann ein nachhaltiger Hochlauf über den 200er EMA, wichtig, möglichst dann über die Marke von 1,20 Dollar. Wir werfen dann noch einen Blick auf den jüngsten COT-Report auf der Seite von wellenreiter-invest.de. Da haben wir dann die Daten vorliegen für den 16. März und daraus geht hervor, dass die Commercials, also die US-Profis, ihre Short-Position minimal gesenkt haben im Wochenvergleich und die Kleinanleger ihre Long-Position ganz minimal ausgebaut haben. Da hat sich eigentlich dann sehr wenig getan. Die Commercials, die gehen weiterhin von eher fallenden Kursen im S&P 500 aus, die Kleinanleger von eher steigenden. Denn in der Regel liegen die Commercials langfristig eher richtig, die Profis liegen langfristig eher richtig, die Kleinanleger langfristig eher falsch. Allerdings sind die COT-Daten in den vergangenen Monaten nicht immer ein sehr hilfreicher Indikator gewesen. Gut, und damit wären wir dann mit dem ING Markets Chartflash für den heutigen Montag schon wieder durch. Ich melde mich dann wieder am morgigen Dienstag mit dem ING Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenbeginn und viel Erfolg im heutigen Trading.